Ja, Weltverbesserer Bono war deutlicher auszuhören. Das kann mich manche erinnern, Friedensbewegung der 80er Jahre. Also auch Popstars zur Friedenslieder gesungen haben, so die Nena 99 plus Ballon. Kriegst du dieses Ergebnis nicht mehr, war so eine Zeile. Aber ich spiele ein anderes Lied, damals ging es um die Pershings und um die Cruise Missiles. So wie du siehst, wir unterstützen dich. We share a common destination. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020